Der ist drin, er fängt noch mal neugierig aus. Nein, ich schenk die aus, so wie du das hier hast. Was ist das, Bob? Ihr müsst einfach noch mal neugierig gucken, das geht gar nicht. Ey, die beiden haben wir, die müssen wir nicht einfach nehmen. Ich kann nur... Ey, ihr müsst echt die Zeit nehmen. Ach du, sorry, das ist nicht schlecht. Und dann fragen wir halt alles auf die Tür. Jetzt mach sie los. Sag mal, wie soll ich denn jetzt hier stehen lassen? Das muss gar nicht gehen. Warte, warte. Oh, Gott.